mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Die heutige Episode widmet sich einem Thema, das im Frühjahr uns alle Golfer bewegt. Nein, es geht nicht um Golfmessen, es geht um das Equipment. Normalerweise wären ja, wie schon kurz angesprochen, die Golfmessen aktuell oder würden jetzt auch langsam losgehen. Orlando wäre schon gewesen, glaube ich. Und so geht auch langsam das Thema Messenschläger, neues Equipment in die nächste Runde. Wir haben schon einige Vorstellungen auf jeden Fall seit Ende letzten Jahres, also seit Ende 2020 erlebt. Und die neueren Modelle kamen jetzt auch schon im Februar raus. Wir haben jetzt aktuell Anfang März. Da gab es, glaube ich, auch schon ein paar neue Lounges. Und so geht es eben auch darum, dass man neue Schläger kennenlernen kann, wenn man auf eine Golfmesse geht oder allgemein sich auch überhaupt im Golfshop aufhalten darf, was ja zurzeit auch recht schwierig ist. Und da will ich dir eine Sache sagen, die du aktuell auch nutzen kannst, egal wie jetzt die neuen Regelungen sein werden, ob die Golfshops wieder öffnen dürfen oder ob sie geschlossen bleiben müssen, wie auch immer das in jedem Bundesland aussieht, das werden wir erst noch in der Zukunft erfahren, was jetzt tatsächlich rauskommt. Vielleicht ist es auch schon veröffentlicht, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, aber zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir, dass wir noch nichts wissen, wie es weitergeht. Und da gibt es eine Möglichkeit, die eigentlich die meisten Golfshops, egal ob es ein Pro-Shop ist, ob es ein größerer Händler ist oder ob es ein Golfshop ist, der einfach eigenständig ohne Golfclub ist, wie auch immer, sehr, sehr viele von den Golfhändlern bieten dir aktuell die Möglichkeit, auch neuere Modelle an Testschlägern, wirklich als Testschläger auch auszuleihen, damit du sie selbst testen kannst. Ein Fitting ist aktuell eben noch nicht möglich, leider. Auch die Demo-Days ist fragwürdig, ob sie in dem Sinne stattfinden können, wie man es gewohnt ist, damit du dich dort fitten lassen kannst. Aber die Händler bieten dir normalerweise an, wenn du ein paar Modelle zur Auswahl hast, wo du sagst, hey, das wäre was, was ich gerne testen würde, dass du auch ein paar Leihschläger bekommst. Und genau das habe auch ich getan, habe mir ein paar Driver ausgeliehen von Golf Götze, um einfach dort nochmal ein bisschen zu testen, ob ich mir jetzt wirklich einen neuen Driver kaufe oder nicht. Das kann ich tatsächlich noch gar nicht wirklich sagen. Es ist für mich einfach nochmal so auch ein Gefühl zu bekommen, da mein Driver, glaube ich, irgendwie schon sieben bis zehn Jahre alt ist, als er rauskam. Und ja, dass man einfach mal spürt, was macht überhaupt ein neuer Schläger? Was macht eine neue Technologie dahinter? Und je nachdem, wie alt dein Equipment ist, kannst du dir mit Sicherheit bei dem Golfclub, beziehungsweise Golfshop deines Vertrauens auch Schläger ausleihen, um einfach mal zu spüren, wie so die Unterschiede zu deinem aktuellen Equipment auch ist. Und wie gesagt, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir, ich habe mir vier Driver ausgeliehen, der Herr Götze hat mir einfach ein bisschen was zusammengestellt, wir haben uns vorher kurz abgesprochen, er kennt mich ja auch, was meinen Schwung angeht und was meine Schläger angeht. Und hat auch gesagt, hey, Andreas, komm, wir machen hier mal vier Schläger fertig aus der 2020er-Kollektion, aus der, glaube ich, 219er- oder 218er-Kollektion kann er mir noch was anbieten und aus der 2021er-Kollektion. Das bedeutet, um es genau zu nennen, ich habe einen Standard Maverick bekommen mit Stiftshaft, einen neuen Cobra Redspeed XB, einen Cobra King SZ und einen Tailor-Made SIM-Treiber. Das bedeutet, ich hatte vier Modelle zur Auswahl, eben wie gesagt, 2021er-Modelle, 2020er-Modell, aber auch ein bisschen vorhergehende Modelle. Also der King SZ, bin mir nicht sicher, wann der jetzt genau rauskam. Maverick kam 2020 für die Saison raus, der Cobra Redspeed XB kam erst 2021 raus. Da hatte ich die Ehre, tatsächlich sogar noch das Plastik vom Cover eben wegmachen zu dürfen. Habe die zweite Schicht Plastik, die an der Sohle des Schlägers ist, drangelassen, sicher ist sicher, man möchte ja nicht so viele Kratzer reinmachen und durfte eben dann diese vier Schläger testen. Waren auch unterschiedliche Schäfte mit drin, drei Stück mit Stiftshaft, einer mit Regularshaft, zwischen 60 und 65 Gramm genau waren die Schäfte in Standardlänge und auch mit einem neuen Golf-Bright-Griff, der Align-Griff, der einfach nochmal so ein bisschen eine Erhöhung hat, damit du den Schlägergriff richtig hältst, ein bisschen besser spüren kannst, wie du den Schläger richtig halten musst, damit er eben square ausgerichtet ist, wenn du dann an den Ball kommst. Und das war wirklich eine sehr, sehr spannende Sache, einfach auch mal das Equipment zu vergleichen. Denn wie gesagt, mein Driver ist jetzt tatsächlich schon sieben bis zehn Jahre alt und das ist der Rocket Ball Stage 2 von TaylorMade, also dieser weiß-graue, weiß-grau-gelb, sage ich jetzt mal. Und viele werden ihn vielleicht noch kennen. Und das Teil ist halt auch schon ein bisschen Jahre gekommen. Wie gesagt, ob er jetzt wirklich im Bag bleibt oder ob ich einen neuen Schläger mir machen lasse, das wird sich erst dann ergeben, die Chance, wenn ich mich auch wirklich fitten lassen kann. Denn es war jetzt auch mit dem Schaft ein Versuch vom Herrn Götze, dass er mir da was zusammengeschraubt hat, um einfach mal zu sagen, hey, teste mal, wir haben hier so ein paar Schäfte mit den neuen Köpfen im Vergleich zu deinem eigenen Schläger. Und was ich damit sagen will, ist, es lohnt sich definitiv, denn ich kann sagen, je neuer der Schläger wurde, desto fehlerverzeihender wurde er. Das heißt, das TaylorMade-Modell Sim und der Cobra SZ waren zwei Schläger, die ja jetzt, also die sind ja immer noch recht neu, aber von den vier Schlägern, glaube ich, mit die ältesten waren. Und die waren schon weit fehlerverzeihender als mein aktueller Driver. Dann der Maverick war nochmal weit fehlerverzeihender, als ich es gedacht hätte. Und der Cobra Redspeed war definitiv der allerfehlerverzeihendste Driver, den ich jemals in der Hand gehabt habe. Ich nenne das Ganze ja bei mir nicht Slice, ich nenne es Powerfade, um einfach hier nochmal ein bisschen mein Mentaltraining zu starten. Slice ist negativ, Powerfade klingt nach Kraft, deswegen nenne ich es gerne Powerfade. Und was ich eben bei meinem Driver feststelle, ist, dass dieser Powerfade immer wieder gerne kommt, auch manchmal ein bisschen extremer kommt, aber mit den neueren Modellen an Drivern das ganze Thema ein bisschen aufgelockert wurde. Also die Bälle flogen tatsächlich gerade. Die Bälle waren, ob sie jetzt wirklich weiter waren, konnte ich auf der Driving Range nicht erkennen. Also da erkenne ich jetzt nicht, ob er fünf Meter weiter oder kürzer ist. Deswegen muss da in Zukunft nochmal ein sauberes Fitting her. Aber man merkt einfach die Fehlerverzeihung und die Streuung, wie sie sich verändert. Und das ist wirklich was, was ich dir an die Hand geben will. Wenn du aktuell überlegst, dir einen neuen Schläger zu bestellen, beziehungsweise neue Schläger zu kaufen, frag einfach in dem Pro-Shop deines Vertrauens, egal ob das jetzt ein großer Versandhändler ist oder ein kleiner Pro-Shop bei dir im Golfclub, frag einfach nach, ob du dir Schläger ausleihen darfst für ein paar Tage, ob du damit auf die Range darfst, spielen darfst, um einfach hier mal zu spüren, wie so das ganze Thema für dich passt. Wie gesagt, bei den Eisen, wenn du recht standardmäßig unterwegs bist, was deine Körperstatur angeht und du keine großartige Veränderung bei den Eisen brauchst, kannst du natürlich auch Eisen testen. Meiner Meinung nach macht es diese Blindtestung mehr Sinn ab Hybriden, über Hölzer bis hin zum Driver, denn beim Driver gibt es meiner Meinung nach wenig, wo man von der Länge her fitten kann, was beim Eisen auf jeden Fall schon einen größeren Unterschied macht. Und daher wirklich mein Tipp geht zu dem Shop deines Vertrauens, frag nach, ob du dir ein paar Schläger mal ausleihen darfst für ein paar Tage, nutze die Chance auf der Range, hau ein paar Körbe raus, damit du einfach auch spürst, wie die Veränderungen sind im Vergleich zu deinem Equipment, was die neuen Schläger dir bieten können und ganz, ganz wichtig, um deine Entscheidung auch beeinflussen zu können, mach dir ein bisschen eine kleine Bewertungsskala. Also da geht es vor allen Dingen auch darum, damit du, wenn du den Ball ansprichst, damit du die Draufsicht einfach mal hast, wie sieht es aus, also wie sieht der Schläger für dich aus. Das kann sein bei dem Eisen, dass du sagst, oh mir ist die Topline zu dick, zu dünn oder wie auch immer, die Größe macht mir Angst, weil es zu klein ist oder die Größe ist dir zu groß. Das kann natürlich auch sein bei Eisen und bei Wedges vor allen Dingen. Beim Pattern natürlich auch, da kommt es aber noch ein bisschen darauf an, was du eh präferierst. Und bei den Drivern oder auch Hölzern, da muss es genauso passen. Also die Optik entscheidet, also die Draufsicht in der Ansprechposition entscheidet logischerweise auch das Gefühl. Ich bin ein Spieler, ich spiele sehr viel nach Gefühl. Es muss eben auch gefühlsmäßig passen, was meine Schläger angeht. Und deswegen ist für mich Gefühl ein recht wichtiger Punkt eben auch bei meinen Schlägern und ganz ehrlich, der Sound. Also ich bin ein Mensch, ich brauche ein schönes Gefühl bei meinen Schlägern, ich brauche aber auch einen schönen Sound bei meinen Schlägern. Das heißt, jetzt bei den vier Driver-Modellen, die ich mir ausgesucht hatte oder die auch in meinen Price-Range passen, muss man mal ganz ehrlich sein, da war es tatsächlich so, dass der Tailor-Made-Sim für mich so der Schläger war, wo ich sage, hey, der ist auch optisch ansprechend, der ist nicht standard schwarz, wie die meisten Schläger sind. Der hat auch noch ein bisschen was anderes, was ich einfach auch gerne habe, wenn es ein bisschen anders ist wie der Standard und dachte, das könnte das Modell werden. Hat aber vom Sound her und vom Gefühl mit dem Schaft für mich jetzt nicht überzeugt. Das ist eben genau dieser Punkt, man muss einfach Schläger spielen. Natürlich kann man jetzt einfach irgendwo sich Schläger kaufen und hat sie dann, aber man muss, oder meiner Meinung nach, sollte man immer Probe spielen, man sollte immer testen, wie wirkt sich der Schläger auf das Spiel aus, wie gefällt er einem wirklich, nicht nur jetzt vom Aussehen, aber das ist eben auch ganz wichtig, aber auch vom Gefühl, wie fühlt es sich an, wenn er an den Ball geht und logischerweise auch das Geräusch. Was für ein Geräusch hörst du? Ist es für dich ein gutes Geräusch? Gefällt dir das Geräusch, was der Schläger macht und kannst du wirklich auch damit, ich sage mal, leben, wenn man das wirklich so ausdrücken möchte an der Stelle. Und daher hilft es dir, auch in deiner Entscheidungsfindung einfach ein paar Kriterien festzulegen. Für mich war es eben die Optik, die Ansprechposition im Allgemeinen, was die Optik nochmal angeht, das Sound und das Gefühl. Und logischerweise, irgendwann muss auch der Preis angesprochen werden. Das ist für mich auch ein entscheidendes Kriterium und dass man hier einfach eine Gewichtung vornimmt und dass du in dieser sehr subjektiven Entscheidung aber immer noch so ein bisschen Objektivität reinbringst. Denn wenn du da noch eine Gewichtung stattfinden lässt von den einzelnen Kriterien, wird es vielleicht doch ein anderer Schläger, wie du am Anfang gedacht hättest. Und das sind so ein paar Tipps, die ich dir mit an die Hand geben wollte, mit auf den Weg geben wollte, falls du überlegst, dir aktuell neue Schläger zu bestellen und es schade findest, dass die Messen nicht stattfinden, um es auszuprobieren. Mit den Demo-Days, wie gesagt, ist alles noch ein bisschen in der Schwebe. Aber rede einfach mit deinem, mit dem Golfshop, deines Vertrauens, leihe dir ein paar Schläger aus und wenn du wirklich sagst, hey, ich will hier wirklich komplettes Sortiment mal durchtesten, rede mit denen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass du auch wirklich hier nach und nach die Dinge gegeneinander testen kannst. Denn wenn du auch mal ein paar Schläger in der Hand hast und bei mir waren es jetzt vier Driver mit meinem eigenen eben fünf, die ich gegeneinander gespielt habe und dann merkt man tatsächlich direkt schon, wo die Präferenz hingeht. Wie gesagt, was es bei mir wird, ich denke, ich werde dich auf dem Laufenden halten, sobald ich selbst weiß, ob es überhaupt was Neues gibt. Und ja, test es wirklich mal. Frag deinen Fitter, frag deinen Pro-Shop-Betreiber, welche Möglichkeiten er dir anbieten kann in der aktuellen Phase und dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Range mit deinem geliehenen Equipment zum Testen und vielleicht ist auch dieses Jahr was für dich dabei, was dein Spiel verbessert. Viel Spaß auf der Runde und bis demnächst. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail, gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.